Ich möchte dir jetzt gerne die Sprint Web Tide aus der AdiZero Kollektion von Adidas vorstellen. Diese Laufhose muss man einfach mal anprobieren und sich von ihrer Passform überzeugen lassen. Sicher fallen sofort die Sprint Web Prints ins Auge. Sie bilden nicht nur optisch einen Kontrast, sondern haben auch funktionelle Wirkung. Denn sie sollen die Oberschenkelmuskulatur stabilisieren und unterstützen damit eine optimale Körperhaltung. Die 4Motion-Schnitttechnik unterstützt dabei optimal die Bewegungsfreiheit während der Belastung. Ein optimales Klimamanagement ist durch die Kombination von ClimaLight und ClimaCool-Fasern gewährleistet. Ein weiteres nützliches Detail findet man in Form einer kleinen Innentasche. Dort passt zum Beispiel der Autoschlüssel hinein. Diese Laufzeit ist natürlich perfekt mit anderen Textilien aus der AdiZero-Linie zu kombinieren und findet vielseitige Anwendungen bei Training und Wettkampf. Teste sie in einer unserer Runners Point Filialen oder bestelle sie dir gleich hier im Shop unter www.runnerspoint.com. 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 unter derico LEGION District 1-ators allons kommen zusammen an, wir können uns jetzt schauen, enen Bad Podcastmen, um- und wir können potentiell solcheladen, wünschen geradezuwerben.